Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Eis. Ja. Äh, dies war schon wieder Teil 6. Ja. Zeit vergeht. Bald ist es schon ein Jahr her, ne? Der Kanal hat halt wirklich schon, äh, recht beeindruckend durch Schichte. Was ihr ruhig mal machen könnt, ist einfach mal den ganzen Kanal durchgucken. Es gibt spannende Videos von damals bis jetzt. Und einfach, ja, was sich also in einem Jahr alles verändert, ja? In einem Jahr. Vor allem zwar, es ist jetzt auch recht krass, denn ich bin ja, äh, mit, ähm, Kajos mache ich immer die Videos. Habe ich die Videos? Mache ich die Videos? Und da kommen, drehen wir demnächst Kajos letzte Folge. Zieht ihr euch auf jeden Fall rein. Die kommt am 22. Oktober. Wir drehen sie schon recht früh. Denn ja. Denn, äh, ja, weil wir, wie gesagt, in Urlaub gehen. Zusammen. Ja, auch YouTuber brauchen hier Urlaub. So ist nicht. Aber, ja. Ihr könnt ihm auch noch Abschiedskommentare schreiben. Und dann, ja. Vielleicht wird er auch noch irgendwann meinen, so, Videos ganz kurz. Oder, ganz, kein, äh, wirklich ganz wenig zu sehen sein oder sowas. Aber, wirklich, Kajos, Kajos, wie im laufenden Band. Wird's dann nicht mehr geben. Für mich ist es recht schade. Hör, ganz ehrlich, jetzt ist es schlau. Ich bleib dann immer noch. Außerdem habe ich hier von... Wie, wie, wie zu viel. Halt, jetzt hat man schon all diese Inseln hier, ne? Oh. Oh, ich kann hier recht einfach drüber. Okay, verbessere mich schon. Naja. Ah, ne, es ist nicht die, wo man direkt drü.... Okay, sehe ich das hier, nehme ich mir noch. Ich glaube, hier war ein ziemlich großer Unfall, wenn man, ups, wenn man das so, ja, 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 komm, 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 wir schaffen es, schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es, haben wir, ich würde jetzt sagen, einfach weiter mit dem Video, weil darüber man eigentlich nicht mehr sagen kann. Ja. Rennen, 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 man hat nichts gehört wie viele Abonnenten wir gerade haben das sind genau 57 habe ich mir gedacht ja danke dafür ihr seht gerade so ein Video und denkt euch noch wie ich sagte danke für die 7 das mag jetzt wenig klingen aber jetzt ehrlich jeder hat mal klein angefangen 57 Abonnenten es gibt riesige Abonnenten riesige Leute die nach der Zeit die unser Kanal jetzt alt ist ja unser Kanal ihr seid ja auch die Community ihr seid halt auch der Kanal und es hat auch bisher auch Spaß gemacht das ist eine gute Community vor allem vor einem Jahr habe ich so wie es von großen YouTubern gesehen und die haben danke für ihre Community halt gesagt da habe ich gedacht sehr voll schön wenn ich auch mal eine Community hätte ja später habe ich sie wenn auch nicht die beste auch nicht die größte meine ich damit aber gut beste habe ich auf jeden Fall weil ihr seid die Besten ach Alter hier treffen sich einfach mehrere Bahnen gehen aber auch auf mehrere ja dem hier ich glaube ich muss weg ich muss weg ich muss weg ich scheiße ach ja da kommt doch niemand das wenn es was es gibt noch weg nemo alle weg ups naja äh ich glaube ich glaube das kann man verwenden ja sonst kann man nicht verwenden ja lustiger Clip mag ich mag ich mag ich mag ich mag ich so die so wenn ihr schreibt schreibt mal in die Kommentare ob ihr so Highlights in Videos mögt so Highlights wenn ich so auf Shorts so Highlights mache von meinen Videos ihr könnt einfach mal reinschreiben in die Kommentare ganz ehrlich du du schaust ja auch doch gerade mein Video ja du schaust gerade mein Video und ich sage dir du schaust gerade mein Video und ich rede zu dir und sage traut euch was in die Kommentare zu schreiben ja schreiben kaum Leute in die Kommentare okay ja ich kenne das wenn ihr nicht wisst was es ist ja und wenn jemand den man ich kenne zu schreiben sozusagen da die haben die haben sich schon mal drüber gebaut was ist bei dem wieder mal falsch gelaufen oh ich meine das im Sinne von wie kann man so schnell sich rüber bauen schaust gerade mein Video schaust gerade mein Video ich weiß gar nicht welcher Teil von Skybus ist das Teil 6 ich weiß es nicht mehr warte ich gucke also gerade so Jakob Jana so von dem Tag hat so geschrieben so sind wir jetzt auch schon Faker also erstmal sage ich wegen diesen Videos weil er macht auch so Videos ja ich war der erste der sowas in der Art gemacht habe mit dem Schwart in dem wo ich die Reise mache ähm Bus fahre und so das war der Ansatz und ich glaube da hat daher hat es auch hat er es auch genommen hat dann auch selber Videos gemacht ja Faker sind wir natürlich nicht er hat zwar ja okay das ist das gleiche und bei mir also er hat halt so die weiten Felder die er so filmen kann äh er hat so die richtig weiten Felder bei denen er filmen kann er wohnt halt sehr auf dem Land um zu sagen auch in der Region wo es eigentlich was ist das nein 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 Ah, blöd. Ne, ich muss einfach sagen, falls du dieses Video schaust, halt, ich hab die beste Kulisse der Welt, ja? Ja. Ich hab, also, ich bin sozusagen so ein bisschen, sagen wir mal, so in den Bergen, also schon sehr hügelig hier, und in der Nähe von einer Großstadt, ja? Ähm, es gibt viele Großstädte in Deutschland. Ja, und ähm, da sieht man praktisch wirklich, Kilometer zu dieser Stadt, ja? Nur, diese Stadt ist halt, da ist halt so ein, so was, was man halt wirklich sieht, so ein Gebäude, was wirklich heraussticht, schon von Weitem. Man einfach, was man einfach nicht filmen kann, weil es so berühmt ist. Insgesamt gibt's halt nicht soo viele Städte mit solch, naja, sagen wir mal, naja, ich will ja auch nichts sagen, aber ganz ehrlich, ich kann hier noch nicht vorbei. Alter. Herr Wee, du baust dich zu mir. Nein, was ist bei dir wieder falsch, glaubt? Ja, okay, ich würde auch mal sagen, das war's mit dem Video, wenn's euch fragt, lasst über den Daumen hoch und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.